Und ich glaube, da ist es wieder unser Rahmen. Du weißt, du sprichst oft darüber. Einfach, wie schaut dieser Prozess des Personalsuchens, Interviewen, Einstellen, Einführung, also dieser ganze Prozess, wie schaut der aus? Hast du dich mit dem beschäftigt? Hast du dir da Gedanken drüber gemacht? Ist das etwas, was eine sinnvolle Reihenfolge hat? Werden dort sinnvolle Punkte abgefragt? Wird dort auf den Fit geschaut zwischen eben dieser Person und dem Team? Wird dort herausgefunden, warum in dem einen Team man vielleicht andere Leute braucht als in dem anderen Team? Also ist das einfach etwas, was halt so zufällig passiert? Irgendwer hat eine Stellenausschreibung zusammengeschustert, die ist dann rausgegangen, da haben sich dann irgendwelche Leute beworben und dann hat man den ersten genommen, der nicht bei drei auf dem Baum war. Oder hat man sich da irgendwie Gedanken dazu gemacht? Hat man überlegt, wie soll die Firma in fünf Jahren ausschauen? Was für Leute möchte ich dann da mit an Bord haben? Also da sind es unendlich viele Möglichkeiten, die gute HR-Arbeit halt ausmacht, ne? Wir sollten jetzt über die EU vertrenden, die wir denn hier haben, die sich mit einem neuen Prinzip entwickeln, die einfache herumschließend macht. Das ist belangrijk, dass wir die F taking in den nächsten Monaten auf der Boden kommen müssen. Ciao, ciao! Ciao, ciao!